Bagdad Brot fragt Pete Smead. Wenn ihr eurem fünf Jahre jüngeren ich eine anonyme Nachricht schreiben könntet, was würde drin stehen und wieso? Da würden die Lottozahlen drin stehen. Und wieso? Damit ich heute ganz schön reich bin. Hör auf dein Gefühl. Bisher läuft alles gut. Ich glaube jetzt so ein bisschen auch mit Spaß. Ich würde meinem fünf Jahre jüngeren ich sagen, mach dein Studium zu Ende, aber schmeiß danach die Arbeit und werd direkt Vollzeit Pete Smead Mitglied. Denn er wartet so viel geiler Scheiß auf dich und mit deinen Freunden kannst du so viel Geiles erleben und machen und widme dem doch direkt ganz. Weil das vergisst du im ganzen Leben nicht. Das ist so viel wert. Mach das direkt von Anfang an. Und ich glaube das fände ich auch ganz cool, ja. Yo, 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 junges Ego. Du bleibst so wie du bist. Du machst dein Studium zu Ende. Du wirst dieses komische Let's-Play-Shit-Zeug, was der Peter gemacht hat, angefangen hat mit Hadi. Auf jeden Fall auch mitmachen. Und zwar so gut es geht und volle Pulle. Du wirst nett zu deiner Freundin sein. Denn dann hast du immer noch dieselbe. Und dann geht's dir gut. Eine anonyme Nachricht schreiben könntet, was würde drin stehen und wieso. Würden sämtliche Lottozahlen der letzten fünf Jahre drin stehen. Wenn das nicht ginge, sämtliche Sportergebnisse. Wenn das überhaupt nicht ginge, mit irgendwelchen Nachrichtenrichtungen, die dann Geld bringen, würde ich einfach schreiben, mach genauso weiter. Die letzten fünf Jahre waren nämlich ganz gut. B-B-B-B-J-B-I-A-Rn. B-B-J B-J-B-I-A-Rn. B-J-B-J-L-D-H-I-B-I-A, B-J-L-D. B-J-B-J-L-D-H-T-A-Rn. Bis zum nächsten Mal.